Hallo Leute, heute an dieser Stelle ist Weihnachten, ihr seht es am Bau oder an diesem Spezialgast hier, der hier extra heute für euch angereist ist, genannt Lissi, die kleine Katze, die aber schon manchmal bei den Outtakes glaube ich war sie mal drauf, möchte heute auch wieder dabei sein. Ja, was möchte ich heute machen, heute ein Weihnachtsvideo an dieser Stelle und zwar möchte ich mich heute an dieser Stelle bei euch bedanken und zwar für das letzte Jahr, für die ganze Unterstützung, Lissi ist ungünstig, und zwar für die ganze Unterstützung des letzten Jahres. Also, kurz zu den Zahlen, die wir hier haben dieses Jahr, Elektrotechnik haben wir 2.900 Abonnenten, Physik sind es um die 200 und Mathematik um die, ja 600 etwa. Wir haben uns hier in Physik und Mathematik im Faktor 4 gesteigert zum letzten Jahr und in Elektrotechnik um den Faktor 7, also für das nochmal ein großes Dankeschön für die Unterstützung und fürs Zusehen an dieser Stelle. Ja, jetzt, wo geht es weiter, welche Richtung geht es weiter, bei dir zum Foto noch wahrscheinlich, und bei den Videos, ja in welche Richtung geht es da, und da geht es in Richtung, ja was ihr sagt, in diese Richtung geht es, also bin ich mal kundenorientierter unterwegs, und zwar schreibt in die Kombis, da unten unter der Katze rein, was möchtet ihr für Videos sehen, was für Themen möchtet ihr sehen, möchtet ihr mehr Videos sehen, äh, über elektrotechnische Theorie, bisschen Herleitungszeug, oder möchtet ihr mehr praktische Anwendungen sehen, oder, ja, lese ich ungünstig, äh, ich, oder wollt ihr mich sehen vielleicht, vor der Katze, oder wollt ihr die Katze sehen, was euch interessiert, schreibt es einfach drunter, ja, sind wir auch schon wieder am Ende, mit dem ganzen Video hier, bis aufs, ja, noch ein schöner Weihnachtszeit, schöne Weihnachten, heute ist ja Heiligabend, äh, schönen guten Rutsch, erfolgreichen auf jeden Fall, durchs neue, ins neue Jahr zu starten, im Silvester, trinkt nicht zu viel, feiert schön, und, ähm, ja, was haben wir noch, genau, erfolgreichen Start in die Prüfungszeit, und, ja, genießt's, also, macht's gut, euer Elektrotechnik, Mathematik, Physik, Projektmanagement, oder was sonst noch alles in 5 Minuten, tschüss!